ein monumentales hallo und willkommen an alle make up kreaturen und an alle die es werden möchten die verständliche version hi mein name ist mickey monumental beauty youtuber aus österreich aus wien willkommen auf meinem kanal das hier fühlt sich gerade ungewohnt und falsch an aus so vielen gründen ich filme das intro im nachhinein also der look ist schon fertig und ich habe abgeschlossen und ich filme jetzt das intro fühlt sich so schräg an bloß es ist noch hell draußen es ist es sieht vielleicht nicht danach aus aber es ist eins ich filme um eins um 13 uhr also nicht um ein uhr in der nacht wie sonst also nicht nacht sondern heute tagsüber ich will einmal just for fun mich wie ein normaler mensch benehmen und tagsüber ein projekt starten machen oder gestalten und nicht immer nur in der nacht du hast den titel des videos gelesen und du siehst wie ich ausschaue also willkommen zu diesem valentinstags inspirierten make up look der valentinstag naht beziehungsweise steht vor der tür und die haben mir gedacht ich mache ein make up look inspiriert zum valentinstag oder für den valentinstag oder solltest du irgendwie eine make up idee für den valentinstag suchen das hier ist das video dazu ich habe mich auf die augen fokussiert die augen sind ein bisschen intensiver ein bisschen lauter ausgefallen wieso auch nicht ich finde wir können es uns alle grad erlauben da wir alle mit diesen masken rumlaufen und die hälfte von unserem gesicht abgedeckt ist fokussieren wir uns doch auf die augen why not für die lippen habe ich zwei alternativen das ist die nude version und gegen ende des videos willst du dann auch noch eine rote version sehen schreiben die kommentare was dir besser gefallen hat die nude geschichte oder die rote geschichte und damit das intro und das video nicht endlos lang wird fangen wir einfach an so wie fangen wir an bass turn ist schon fertig das habe ich schon gemacht sämtliche produkte die ich verwenden werde erstens einmal alle produkte die ich verwenden werde sind selber gekauft und alle produkte die ich verwenden werde sind in der infobox auch gelistet jetzt wollte ich sagen geliftet gelistet ich werde mir heute nicht den spaß machen und die ganze soße hier einblenden wenn dich wirklich was interessiert macht die infobox auf es steht immer was in der infobox drinnen und wie gesagt die heute die produkte die ich heute zeigen werde sind alle in der infobox gelistet so wir schnappen uns ein mirro ich werde primen also eyeshadow base unbedingt ich nehme mir die von gerlan hier ein drop und hier ein drop base allgemein base auch wenn es jetzt für den t ist oder in dem fall für die augen ich tue das immer eher so einpressen einarbeiten also nicht hin und her wischen sondern hier einklopfen die base fixieren werde ich mit einem schneeweißen lidschatten matt ohne schimmer glitzer partikel so beim blenden passe ich eigentlich eh auf und ich habe wirklich lidschatten wo ich weiß die funktionieren aber ein bisschen was krümelt immer runter und wie gesagt der teil ist schon fertig ich will mir nicht den teil ruinieren deswegen trage ich loses puder jetzt unter die augen auf als brösel barriere weil sollte irgendwas runter krümeln wenn ich dann fertig bin wisch ich das mit dem puder einfach weg und auf einer skala von 1 bis 10 wie spooky schaue ich aus so ich schnappe mir meine jeffree star blood sugar palette na komm geh auf leider geil egal ob du jeffree star magst oder nicht seine lidschatten paletten kannst du einfach nicht ignorieren sie sind gut es ist was es ist er ist vielleicht ein trottel die lidschatten paletten sind einfach gut was ich jetzt machen werde ist eine basis hier schaffen das mache ich mit beigen nude farben einmal in sugarcane fahre ich mir hier so rein und mache mal einen ersten bogen und das werde ich dann halt einfach aufbauen und aufbauen und aufbauen und die jeffree star lidschatten paletten sind sehr stark pigmentiert also tunke wirklich nur ganz leicht rein und baue das halt wirklich schön auf weil sonst so das hier war sugarcane und über sugarcane werde ich mit cake mix mit dieser bischen farbe jetzt drüber fahren ich fokussiere mich in die lidschalte wirklich hinein also da kommt mein main produkt rein die main concentration am produkt und die reste ziehe ich dann halt ein bisschen hier so hoch richtung augenbraue ich finde blenden erklären irgendwie ur schwer so ich hoffe man kann schon was erkennen wenn es nicht weich genug verläuft nehme ich mir einen blender noch einmal einen aber einen wo nichts drinnen ist also einen leeren sauberen und fahr hier noch einmal so drüber um das ganze wirklich weich verlaufen zu lassen dass wir wirklich keinen übergang sehen rot ist die farbe der liebe also wird der look rot ich nehme mir prick dieses ganz ganz helle rot und werde damit jetzt über diesen bogen drüber fahren und dann werde ich das intensivieren mit entweder cherry soda oder blood sugar ich bin mir noch nicht sicher also das wird meine rote base und dann mit entweder mit der oder mit der werde ich dann drüber fahren um die tiefe zu kreieren also wie gesagt die sind sehr stark pigmentiert ich bin hier eingeduckt und werde das hier zusätzlich noch einmal hier abwischen so das war jetzt einmal der beginn und das werde ich jetzt aufbauen und aufbauen und blenden und blenden und blenden und blenden und blenden und aufbauen so ich schnappe mir jetzt noch einen flachen eyeshadow pinsel und mit derselben hellen roten farbe will ich auch ein wenig action unter wimpern kranz haben sondern die volle konzentration von diesen prick roten ton will ich auf dem beweglichen augenlid haben deswegen nämlich das produkt mit dem finger auf und tue hier auf das bewegliche augenlid die farbe darauf pressen dass wir hier wirklich das satte rot in voller pracht sehen können und in der lidfalte verblende ich das wieder also ich verbinde grad das verblendete mit dem konzentrierten hier so in der lidfalte so jetzt schnappe ich mir cherry soda das ist das dunklere rot und jetzt werde ich hier so außen halt schön langsam die tiefe aufbauen so das dunkle rot kommt doch ein wenig unter den wimpern kranz außen jetzt nehme ich mir das ganz dunkle rot also das intravenös das ist fast schon rot braun und das kommt hier außen so hinein damit wir wirklich tiefe 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 haben so jetzt schnappe ich mir von essenz die crystal power highlighter palette ich glaube die gibt es noch also ich hoffe die gibt es noch auf jeden fall ist hier drinnen ein schimmernder perlmut weißer ton den will ich haben den tue ich mir jetzt direkt unter die augenbraue hier so drauf hier vorne knall ich mir das teil auch rein dann schnappe ich mir von trendet ab die morphing shimmering eyeshadows die wurden ja jetzt renoviert die waren im sale habe ich in meiner story gesagt also das sind fantastische einzelne schimmernde lidschatten habe ich einmal erwähnt also ich hoffe dass ihr euch da ein paar besorgt habt die wurden jetzt renoviert es gibt jetzt nachfolger ich habe die mir noch nicht näher angeschaut ich hoffe dass diese farbe übernommen wurde das war die 01 aber das war so ein fantastischer heller schimmernder ton so den tue ich mir mit dem finger jetzt hier vorne so rein und ziehe ihn auch ein bisschen übers lied drüber und er macht einen super schönen effekt und ganz nach dem motto schimmer ist nicht genug von catrice diese villains collection die königin von schneewittchen glaube ich die evil queen in dieser palette ist hier so ein glitzernder roter ton und den werden wir uns ins zentrum rein knallen weil ich glaube das könnte ziemlich geil ausschauen schnappe ich mir auch mit dem finger ich schnappe mir einen schwarzen kajal und werde in der wasserlinie malen unten und oben ich hasse innen oben in der wasserlinie malen so das baking puder können wir schon abwischen weg kicken wir haben auch aufgepasst und es ist fast nichts runter gekrümmelt so setting spray die feuchtigkeit nutze ich aus und fahr mit den glitzer schimmerfarben noch einmal über die augen mascara da schnappe ich mir die art deko weil die liegt noch am tisch die amazing effect mascara mit der mini brush ich fand die ziemlich gut also verwende ich die heute beginn so ich habe diese dinge hier das ist nicht symmetrisch so die suppe lassen wir jetzt einmal trocknen so keine ahnung wie das in der kamer ist ausschaut in realität sieht es ein bisschen vergewaltigt aus denn ich habe ein paar wimpern kürzen wollen also nicht meine sondern die aufgeklebt und ich habe sie es war keine gute idee für die lippen ich biete euch zwei versionen einmal in rot passend zu dem roten augen make up und einmal in nude und ihr könnt dann ja in die kommentare dann reinschreiben was euch besser gefällt dann einmal in rot das ist der rote lippenstift den ich im art deko adventskalender hatte wunderschönes saftiges juicy red und wenn du sagst das ist dir zu viel biete ich dir auch eine nude alternative an hier schnappe ich mir von jeffree star cosmetics den velour liquid lipstick in der farbe celebrity skin und einmal die nude alternative oder version okidoki ich hoffe der look gefällt dir ich hoffe du fühlst dich jetzt auch inspiriert einen hallo einen halloween einen valentinstags look zu kreieren oder diesen nach zu kreieren wie dem auch sei happy valentines day er ist es in ein paar tagen aber vielleicht hast du eine idee oder eine inspiration gebraucht oder wolltest dir generell immer schon einmal die augen rot schminken weil wieso nicht wir müssen sowieso alle diese freaking masken tragen also können wir ruhig mehr auf die augen drauf knallen vergiss nicht ein like dazu lassen darüber würde ich mich sehr freuen und es würde mir auch sehr viel bedeuten weil mein kanal ist neu ich bin noch am aufbauen das ist alles umständlich deswegen jedes like und jedes abo ich bin dir sehr sehr dankbar und nicht vergessen ich du jeden dienstag donnerstag und sonntag fix uploaden das heißt du hast bei mir drei frische fixe videos jede woche neu am start falls du mich auch noch woanders talken willst ich bin auf instagram tik tok und fritzburg auch unterwegs keine ahnung wann du dir das video anschaust sollte es heute sein wünsche ich dir einen wunderschönen sonntag ansonsten wünsche ich dir einen monumentalen und erfolgreichen tag wenn du es dir abends anschaust wünsche ich dir natürlich einen monumentalen abend und monumentale träume bis zum nächsten video bye